Eines Tages dachte Tom an ein leckeres Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Er machte einen Spaziergang, doch das Erdbeermarmeladebrot mit Honig wollte ihm nicht mehr aus dem Kopf gehen. Da traf Tom seinen Freund, den Müller. Sag mal, Müller, hast du vielleicht ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig für mich? Heute fragst du mich nach einem Erdbeermarmeladebrot mit Honig? Ja, weißt du denn gar nicht, was heute für ein besonderer Tag ist? Das musst du nur herausfinden, dann kriegst du dein Erdbeermarmeladebrot mit Honig von ganz allein. Tom hielt das für eine wunderbare Idee, doch so sehr er auch überlegte, er kam nicht drauf. Hey Müller, wieso sagst du mir nicht einfach, was heute für ein besonderer Tag ist? Doch der Müller war plötzlich verschwunden. Also ging Tom zu seiner Mama. Sag mal Mama, weißt du, was heute für ein besonderer Tag ist? Aber natürlich, mein Sohn. Ohne mich würde es diesen Tag doch gar nicht geben. Wie konntest du diesen besonderen Tag denn nur vergessen? Ist heute vielleicht Muttertag? Na sowas? Auch Toms Mama war plötzlich verschwunden. Also ging Tom zur Erdbeermaus. Was willst du? Kannst du mir vielleicht sagen, was heute für ein besonderer Tag ist? Na, das kann ich dir sehr wohl sagen. Heute ist der Tag, an dem ich freiwillig ein paar von meinen Erdbeeren spendiere. Ist heute vielleicht Erntedankfest? Doch auch die Erdbeermaus war plötzlich verschwunden. Etwas mürrisch machte sich Tom auf den Weg zu den Bienen. Sagt mal, könnt ihr Bienen mir vielleicht sagen, was heute für ein besonderer Tag ist? Habt ihr gehört? Tom weiß gar nicht, was heute für ein besonderer Tag ist. Ich gebe dir mal einen Tipp. Mein Geburtstag ist heute nicht. Also mein Geburtstag ist heute auch nicht. Und mein Geburtstag übrigens auch nicht. Hm. Ein Tag, den es ohne Mama nicht geben würde. An dem die Erdbeermaus freiwillig ein paar Erdbeeren spendiert. Und an dem die Bienen nicht Geburtstag haben. Was hat das denn alles miteinander zu tun? Und wie bitteschön soll ich ja jemanden fragen, wenn nirgends einer ist? Du fragst dich, welcher Tag heute sein soll. Warum tun wir alle so geheimnisvoll? Weshalb schafft die Biene eine Kerze heran? Und wieso hole es hell ist, zünden wir sie an. Aus welchem Grund sitzen wir hier alle schon so feierlich? Und feiern doch auf keinen Fall ohne dich. Was das für ein besonderer Tag wohl sein mag? Ich hab's. Heute ist mein Geburtstag. Und so hatte Tom schließlich ein halbes Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Und das schmeckte so gut, als wär's ein Ganzes gewesen. Er verbrachte noch den ganzen Tag zusammen mit seinen Freunden und war wunschlos glücklich. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Einen